Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Glypho Games News Leute. Heute reden wir erstmal darüber, dass schon wieder der Kack TS down war. Und zwar war das glaube ich am Samstag um 14 Uhr oder am Sonntag, ich weiß es nicht mehr. Und der TS ist danach noch dreimal down gegangen, weil alle Leute in die Eingangshalle gegangen sind und dadurch der übelste Paketverlust war Leute. Das war nicht mehr schön. Wir wissen selber nicht worum das so ist. Ich denke mal es hat irgendwas mit dem Konkurrenzkampf unter der NSA und Boosted zu tun, weil er halt immer einen ersten Channel hat. Und ja Leute, ist absolut behindert, dass der TS down ist. Aber ich meine, für mich ist es sowieso kein Unterschied. Ich mache mir einen neuen Channel und dann ist es gut. So Leute, heute reden wir mal darüber, dass vielleicht angeblich bald ein City Build 13 kommt. Und zwar hat Wipex neulich in einem Video gesagt, wir haben noch kein City Build 32. Da hat er sich versprochen, er wollte es wahrscheinlich sagen 13 oder sowas. Ich weiß es aber auch nicht mehr. Das heißt aber, wir haben noch kein... Das deutet schon mal darauf hin, dass es sein könnte, dass wir noch neue City Builds dazu bekommen Leute. Es wäre auch sehr, also nicht mal abgeneigt, weil das Ding ist auch einfach, es werden auf GeForGames immer mehr Spieler Leute. Natürlich will ich auf City Bit 1 spielen, weil dort einfach absolut geil ist. Ich sage mal so, City Bit 1, ihr seht schon, hier sind alle Leute drauf, die was zu sagen haben, auf gut Deutsch gesagt. So Leute, es ist nur eine Vermutung von mir, müsst ihr nicht wörtlich, nämlich denkt aber mal, es wird wirklich kommen. So, dann reden wir mal darüber, dass Mods, also jetzt Freebug und so, Wizard Farm angeblich griefen sollen. Und zwar, sollen die einfach sich zu Leuten bei City Bit in der Farm mit Lava oder Wasser tippen und dann griefen die die einfach, weil die dort AFK rumstehen und mit einer Maus klicken. Was ich sowieso nicht nachvollziehen kann Leute. Weil das Ding ist, warum grieft man einfach eine Farm? Das ist absolut behindert. Man könnte die eigentlich selber benutzen oder irgendwie, ich sag mal, den Besitzer erpressen. Ganz grob jetzt, wenn man es wirklich machen würde Leute. So Leute, dann hat Apka auch mal wieder gestern gestreamt und hat neue Admin-Items rausgegeben. Er hat ja erneulich erst wieder alle einmaligen Admin-Items weggenommen, die noch einmalig waren Leute. Und jetzt hat er wieder neue rausgegeben. Also Apka, deine Logik muss man nicht verstehen. Das hat überhaupt gar keinen Sinn gemacht und er hat eben in dem Stream schon wieder so viele Donations bekommen, weil er irgendwas merchen sollte, weil er irgendwelche GES bewerten sollte. Leute, das war echt nicht mehr normal. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Video zu den News in den letzten Tagen gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne mal ein Like und ein Abonnier lassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.